Liebe Freundinnen und Freunde Wolfgang Gebichs, ich war 19 Jahre alt, als ich Wolfgang Gebich kennenlernte und seine Gedichte. Und die trafen mit elementarer Wucht auf mein jugendliches Gemüt, nicht ganz unvorbereitet. Meine Hausgötter damals hießen Hölderlin und Heine, Braun und Kolbe, Baudelaire und Brecht, Nerval und Neruda, ein wilder Mix mit Suchtpotenzial auf mehr und anderes. Auch deshalb machte es mich staunen, als Wolfgang seine Gedichte vortrug. Die Wüste, das Wüste, Sprachmagie, Exorbitanz, Versehrung, Schwärzes Romantik und die Sprachklaviatur der Moderne machten um und um Staunen. In seinen Versen funkelten, ich zitiere ihn, hauchdünne Worte, eine halbbewussten, trostlose Sprache. Die Poesie der Warteseele, absurdes Auflachen im Abwinken. Nochmal, Zitat, hebe ich, wenn der Bahnhof abfährt, seht uns trinken Gefangenschaft, trinken aus schmutzigem Glas, trinken bis der Teufel kommt, sprechen zu keinem und alternd noch immer. Zitat Ende. Die Faszination erwuchs nicht zuletzt aus der Fallhöhe zwischen gnadenlos genauer Zeichnung, all der zerbröckelnden, vermodernden Örtlichkeiten und dem infernalischen Phosphorlicht der Bilder, die Hilbig ihnen entgrenzte. Franz Fühmann nannte ihn einmal, ich zitiere Fühmann, das Kind, das mit Meeren spielt. Und so haben wir ihn wahrgenommen. Wir? Ja, es gibt dieses Wir, das sich in den Jahren selbstredend vereinzelte, aber gemeinsame Verwurzelungen nie verleugnete. Ich rede von Thomas Böhme, Jenen Igel, dem damaligen Benjamin Lutz Seiler in unserer Runde, von Dieter Kalker, Lutz Nietzsche-Cornell, von Herbert Ullrich, den Netzers und Meisters, dem Raben, Anna und Christina, Volker Harnisch, von mir und, und, und. Im Rückblick bin ich mit allen Phasern des Seins dankbar für die poetologischen Initiationen, die Wolfgang Hilbig mit auslöste. Sie prägten entschieden mein Poesieverständnis und feierten mich weitgehend davor, als späterer Berufsgerminist in die Feilen soziologischer oder ideologischer Interpretationsmuster zu tappen. Ähnlich wie in Jenen Iges Gedicht »Ich bin anwesend«, dass als direkte Antwort auf Hilbigs Abwesenheit zu lesen ist, war Wolfgang Hilbigs Präsenz längst unabdingbar geworden. Diese Anwesenheit stiftete Verbundenheiten wie Verbindlichkeiten über die Jahre hinweg. Und weil das so ist, darf ich Sie einladen zu einer Wolfgang-Hilbig-Ehrung seitens der Sächsischen Akademie der Künste am 24. September im japanischen Palais zu Dresden. Einhellig beschlossen von der Klasse Literatur und Sprachpflege bezeugen gewichtige Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ihren Respekt vor einem Dichter, dem es so kongenial gelang, Vertrautes ins Zwielicht zu rücken und scheinbar Verlässliches verdächtig zu machen. Es lesen und erinnern an diesem Tag Peter Gosse, Angela Kraus, Richard Pietras, Volker Braun, Friedrich Diekmann, Christian Lehnert, Roger Damascina, Clemens Mayer, Uwe Kolbe, Thomas Rosenlöcher, Nancy Hünger, Wilhelm Bartsch. Ich darf Sie also, darf eine Einladung aussprechen und heiße Sie willkommen. Dankeschön. Vielen Dank.